So, jetzt sitzen wir da, nach unserer Wirkreise, du hast ja heute damit teilgenommen und meine Frage ist jetzt an dich, wie ist es dir gegangen, was hast du dabei erlebt und was nimmst du mit von heute? Also ich kann erst von meinem Zustand jetzt sagen, ich fühle mich so erfüllt, so genährt, so gewertschätzt von den Menschen hier und so dankbar, was ich heute alles erleben durfte und ich habe festgestellt, dass alles, was so im Kopf stattfindet, sich so aufgelöst hat und mit den Menschen zusammen, mit dieser Gemeinschaft, die ich ja auch kennengelernt habe, können wir die Welt umreißen, wir können sie neu aufbauen, einfach das leben, was unsere Visionen sind. Ja, sehr schön, das klingt, da hast du ja sehr, sehr viel mitnehmen können, da ist ja was passiert heute, da ist ja was entstanden. Das Herz ist aufgegangen, das Herz ist aufgegangen und eben dieses nicht mehr alleine sein mit den Wünschen und Vorstellungen, die ich noch habe für mein Leben und das macht so frei, es macht so frei und gibt ganz viel Kraft und ja, Freude, vor allen Dingen Freude. Super, danke, das sieht man direkt und vielen, vielen Dank für dein Sein, für deine Offenheit daran teilzunehmen und ich freue mich schon auf alles, was da noch daraus entstehen hat. Ach, ich auch, ich auch, ich fühle auch so, ich will so viele Menschen davon noch begeistern, dass die das nächste Mal mitkommen in so einem Wirkkreis und ja, dass es einfach leichter wird für uns alle auf dieser Welt. Super, vielen herzlichen Dank und ja, schönes Wochenende wünsche dir. Danke, wünsche ich dir auch Peter, danke, dass du da warst. Vielen Dank.